Hallo meine lieben Leute, herzlich willkommen zu Ruf und Ghostwire. Wir sind hier im Untergrund und verfolgen gerade einen der Handlager von Hanja. Die Musik ist schon mal ziemlich gut drauf. Achso, das war der Spiegel, der da so gesiegt hat. Ich schau mich einfach noch mal ein bisschen um, für den Fall, dass ich noch eh ein bisschen decke. Hier sind wirklich Sachen, womit ich dann meine Mana sozusagen wieder auffüllen kann. Das sieht wirklich so aus, als wenn das denn das Stage für einen Bosskampf wäre. Ich bin gespannt. Dann gehen wir mal da hin. Oh, ein riesiges Tori. Was ist hier? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, ich fühle mich nicht mehr. Ich bin der KB-Intern. Das ist der KB-Intern. Ich werde mich verletzen. Was ist das? Okay, I took kids in the middle of the night. Ich will es nicht so lange an den Trennungen zurückzuhren. Die Mähe sind besser der Bedeutung, sondern ich habe die Belastung. Ich bin der Trennungen und ich bin der Bedeutung. Die Mähe sind besser auf der Bedeutung. Ich bin der Trennungen. Ich bin der Trennungen. Ich bin der Trennungen. Ah, ich bin zu langsam, Alter. Das war's. Das war's. Ah! Geh, weg! Geh, weg! Was? Was? Der ist nicht so geworfen! Was? Was? Lecker! Was? Warum? Der ist mir! Dieser ist mir. Was? Kehke! Geh! 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 Das war's für heute. Wie kannst du gehen? Wenn du gehen kannst, wird nichts verändert! Nein! Ich bin nur... Nein! 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 Sie sind zurück? K.K. Sie sind weggezogen? Dann... warum ich so leben? Was... ...dass ich... ...dass ich... ...dass ich... ...dass ich... ...dass ich... ...dass ich all das... ...zupack... ...dass ich... ...dass ich... Wie kann man das? Mario... Wie kann man das? Da ist es... Es wird interessant. So, Alleingang. Wenn Akito von KK getrennt ist und alle Aktionen für die spirituelle Energie benötigt wird, wird stark eingeschränkt. Akito kann im Kampf kein ätherisches Weben einsetzen und einige weitere Bewegungs-Erkundungsfähigkeiten können ihm sein. Ebenso nicht eingesetzt werden. Allerdings ist Akito selbst im Alleingang auf den Straßen Shibuya nicht völlig schützlos. Unter anderem kann er nach wie vor Gegenstände benutzen, Geister mit Katashiro absorbieren und Pfeil und Bogen, sowie schnelle Austauschung einsetzen, um Besucher zu besiegen. Okay. Dann mache ich einfach mal das. Bogenspannen... erhöhen, wenn ich jetzt gerade mit dem Bogen kämpfen muss. Oh man. Alter, der Bosskampf war echt schwierig gewesen. Ich bin gerade erst aufgestanden noch total müde und das war... ein bisschen schwierig sich auf all das konzentrieren. Okay, ja. Soll ich mal das wieder nach oben? Am besten... versuche ich schnelle Auslöschung. Ah, ich kann den nicht einsammeln, schade. Ich bin immer noch durch. Also ich muss mich da durchgehen. Also ich bin90, der Bosskampf auf den Begründner ist. Soll ich das nicht vor, ich bin 50 00.000. Soll ich das nicht bei ihm zu Hause. Soll ich das auch nicht? Also ich kann mich noch mal auf, ich kann die Drehung. Soll ich gar nicht zu Hause und so mache, ich mal raus und so mache. Soll ich die Drehung das Wasser. Soll ich mir. Soll ich mir jetzt schon mal für einen Mentor. Oh, das war das denn? Ich binㅎ woofer. Soll ich nicht um meine Vorstellung und anwärmen. Soll ich nicht nach vorne laufen. Soll ich hier die Tratsung. Oh, das war das. Oh, shit. 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 Ich meine, ich liebe sie, aber ich habe nur zwei Feile, das wäre gerade ein Selbstkommando gegen sie kennenzulernen. Oh, shit. 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 Warte, geh ich eigentlich in der richtigen Richtung? Okay. Ich sehe, dass das Zeichen anders in der richtigen Richtung geht. Ja, ich war so lang feiner. Das ist nur das. Das hat gut funktioniert. Wo muss ich gegangen? Da oben. Dann muss ich ja jetzt auf die Straßen laufen, dann geht das ja auch nicht mehr mit dem Fliegen. Ich finde, das ist jetzt schon. Okay, noch mehr Fyderkopf. Nein. Sehne ist also das Maximum. Es ist passiert. Okay. Jetzt kann ich Fyder nachkaufen. Hallo. Hallo. Danke. 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 Es ist wichtig. Was ist das? Ich vermute, das war eine Geisterfrau. 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 Ich vermute, das war eine Geisterfrag, beruhe. Ich vermute, das war eine Geisterfrau. Wenn ich das gewusst hätte, dass ich irgendwann mal alleine auf mich gestellt bin, dann hätte ich mehr mit dem Bogen geübt. Ich bin der Bogen geübt. Es ist eine große Herausforderung. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Kei-Kei, ich bin der Fall. Ich bin der Fall. Ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt. Scheiße, das wird nicht... Flyer, Augenzeugen gesucht. Suche Augenzeugen für Yokeh-Sichtung. Garantiere bei Beweise mindestens 10.000 Yen-Belgonen. Bevor es für bisher zurückgehaltene Informationen, rufen Sie im Zweifel ein. Toll, Profile. Soll ich versuchen jetzt einfach durchzulaufen? Geht das? Nein! Geht nicht! Es gibt vielleicht irgendwo Fyde, die ich nicht sehe. Was ist das? Ich bin einfach zu blöd, sie zu sehen. Ich bin einfach zu sehen. Wie viel brauche ich eigentlich für einen Levelaufstieg? Ich bin einfach zu sehen. Ich frage mich, ob das für einen Levelaufstieg jetzt reichen wird. Ich frage mich. 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 Okay, also schon mal einer weniger. Ich frage mich. 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 Scheiße! Okay, also deswegen ist es sehr tot. Ah, stimmt nicht. Ach so, das ist vergräbt. Da sind auch welche. Ich speichne ihn immer schnell. Da sind es länger und das ist nicht. Ich bin hier, was ich zu Hause. Nein, ich bin zu Hause. Nein, ich bin zu Ruhe. Es ist nicht, warum ich mich sehe. Ich bin zu Hause. Um zu Hause Inzige, was man will? Diese Information verdient nichts? Inzige Minster Das war's für mich, Noro-Mana. Was? Das war's für mich. Ich kann es nicht verraten. Du hast es nicht verraten. Du bist so. 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 Ah, du bist so. Du bist so. Du bist so. Wir müssen uns nicht. Ich bin einstürzt. Ich bin einstürzt. Einstürztes Spiel? Okay, ich habe es geschafft! Es ist schlecht, aber ich werde es enden! Ich werde das nicht tun! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Marie, keine Zeit. Gehen wir! Schon im dritten Kapitel. Er wohnt wahrscheinlich zu sagen. Jetzt sei heute das Licht, was sie denn haben? So viele Nebenmüsse auf einmal. Neue. Cool. Da oben. Okay, dann werden wir in der nächsten Folge mal das Tore reinigen und uns mit dem nächsten Leben beschäftigen. Vielen Dank fürs Zuschauen und herzlich willkommen. Wir sehen uns. Tschüss.